ja hier bin ich wieder der mir doch 72 so ich hatte euch auch mal versprochen gehabt das war auch mal ein großes gefecht machen wie man hier sieht habe ich auch ein paar panzer hier von vierer oder dreier vierer fünfer dann sechs fünf haben wir hier fünf war ich glaube ich gar nicht doch naja ich habe einige panzer die ich zur auswahl aber auch doch da ist ein fünfer das ist die grille die kann auch gut schaden machen heute werden wir mal den tiger zweimal nehmen den habe ich glaube ich auch noch nicht ganz ausgebaut können wir mal hier gehen in die forschung nicht den habe ich doch schon ausgebaut naja gut okay dann habe ich das dann schon mal erledigt mal sehen vielleicht kann ich euch das mal zeigen was ich meinte den eintag mit erfahrungen ausbauen gucken ja hier habe ich auch schon alle naja muss ich mal schnell weiter gucken das kann doch nicht wahr sein jetzt will ich euch mal was zeigen und das klappt nicht da auch irgendwo irgendwo muss das doch mal klappen auch nicht das kann doch nicht wahr sein hier hier schon ausgebaut ne ja wunderbar so und zwar sieht das dann halt so aus dass man halt hier 2600 erfahrungen zusammen sammeln muss wie man hier sieht habe ich das dann schon mal aber jetzt den panzer hätte und ich würde wenn ich jetzt den hier noch freischalte und dann 16.000 erfahrungspunkte zusammen fahre und mir dann den t 34 kaufe dann wird der t 80 ein elite panzer aber auch nur wenn hier überall das grüne weg ist man muss die teile noch nicht mehr einbauen oder kaufen man muss nur die erfahrungen einfahren und aktivieren und dann passt das wenn ich jetzt das hier mache bestätige dann könnte eventuell der t 70 ein elite panzer werden wenn ich die jetzt hätte so aber naja egal aus die maus dann gehen wir jetzt mal da rein wie gesagt gucken mit dem tiger 2 wie es aussieht im gefecht und wie gesagt so lange wie die maus sich bewegen lässt kann man noch bei gefecht verlassen wenn irgendwas ist da noch hingehen ansonsten müssen die anderen warten bis man das gefecht zu ende hat es wäre natürlich schade wenn man einfach nur rumsteht und keine erfahrungen machen kann weil das telefon klingelt oder sonst wie was ja und man wird dann halt abgeschossen wie so eine vogelscheuche ich sage ich mir mal das bringt es ja auch nichts hier sind wir in so einem chinesischen japanischen gebirge und damit gleich mal gucken ob man hier mal gut durchkommt bei uns in der mannschaft ist die is 3 t 34 auf der linken seite sage ich mir mal ist der tiger 2 das bin ich und auf der rechten seite seht ihr eure gegner kann man ein bisschen einschätzen aber ich werde erstmal in diese richtung fahren einfach mal quer durch die häuser zum anfang nächstes jahr man kann nirgendwo großartig und man darf ja nichts kaputt fahren bei der einführungsrunde aber die ist ja nun auch zum glück ja vorüber und so kann man sich dann hier irgendwie nützlich machen und hat irgendwie also uns schaden zu machen da war eben gerade schon mal die artillerie die mich schon versucht hat zu beschießen aber hier sehe ich mit auch keinen gegner von mich nur für mich da werde ich es halt mal anders machen da werde ich es einfach mal rumfahren und mal versuchen da hinten meinen kameraden irgendwie uns zu unterstützen allerdings ist der panzer nicht allzu schnell wie man unten sieht ja so auf gerader strecke kann man vielleicht 30 drauf kriegen berg hoch das dauert halt immer noch so ein bisschen bis man da irgendwie hochkommt das ist aber auch klar so dann wollen wir mal in die richtung drehen nach links und mal gucken dass man eventuell die panzer zu gesicht bekommt die man vielleicht schon abschießen kann ja wohl er hat mich erwischt ich habe ihn erwischt feuer erlaubt ist erteilt in rechten mauskrieg jawohl schön durch die panzer rumgekommen das ist schon ein gutes zeichen dann wollen wir weiter gucken ob wir hier noch ein bisschen weiter uns beteiligen können an dem ganzen gefecht von den 1600 die wir mal hatten haben wir jetzt leider nur noch nicht mehr allzu viel da wurde jetzt die kette getroffen von hinten das ist natürlich schlecht oh jetzt wurde von da auch noch geschossen das ist schon mal gut wie man jetzt oben sehen kann bei jagdpanther und so weiter hab ich da sogar schon einen treffer gelandet weil er einen totenkopf gehabt spricht allerdings wurde getroffen oh jetzt wurde ich schon wieder getroffen das ist wieder schlecht so den haben wir vielleicht noch schaden zugefügt das wissen wir jetzt nicht und der hat uns auch abgeschossen naja gut das war es dann mal wieder für heute ja ich würde mal sagen das kann noch ein bisschen dauern hier bis wir das beendet haben wir hören und sehen uns bis zum nächsten mal euer metalk 72